Hi und herzlich willkommen zu Part 37, unseres Farm-Let's-Plays. Im letzten Part haben Ellie und Isaac geheiratet. Es war eine kleine Hochzeit, aber auch doch gleichzeitig eine sehr schöne Hochzeit. Wir wollten eigentlich im Standesamt von Tartosa heiraten. Das hat nicht ganz so gut geklappt, denn es war ein bisschen buggy. Stattdessen haben wir vor dem Standesamt den Tartosa geheiratet und am Strand, unten, weil so schön das Wetter war, einfach noch einen schönen Nachmittag verbracht. Wir haben jetzt im Spiel auch schon den nächsten Tag. Unsere Farm-Girls sind gerade da. Mit denen plaudern wir jetzt noch eine kleine Runde. Die helfen uns so ein bisschen auf der Farm. Und wir warten ganz sehnsüchtig auf den Bescheid der Adoptionsagentur. Ich bin sehr gespannt, ob wir diesmal bestehen. Ich habe eine Vermutung gelesen, woran es auch liegen könnte, dass wir vielleicht nicht mit, weil Isaac wohl auch mit dem Adoptionsvermittler sprechen muss. Das haben wir wohl nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann, aber wir schauen jetzt einfach mal, ob es klappt. Ich habe ja gesagt, wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann werden wir das erzwingen. Dann kaufen wir uns die Bescheinigung und dann kriegen wir trotzdem ein Kind. Und die Tendenz von euch war eher auf ein Kind, dass wir ein Kind adoptieren. Ein Teenager war auch im Raum gestanden. Aber ich finde Kind sehr schön, auch mit dem Hinblick, dass das Kind, im besten Fall vielleicht ein Junge, dann eben auch der große Bruder sein kann. Beziehungsweise die Kinder auch im ähnlichen Alter, wenn nicht sogar im gleichen Alter sind, um auch ein bisschen aufeinander aufzupassen. Gleichzeitig aber auch miteinander zu spielen und so weiter. Jaja, das war so der Gedanke. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in den Part. Hat ganz viel Spaß und los geht's! Hier ist auch unsere Tochter jetzt gerade aufgewacht. Die ist nicht so ganz happy, sehe ich gerade. Wir müssen jetzt unbedingt mal in die Badewanne stecken. Isaac ist gerade noch draußen auf dem Hof beschäftigt. Deswegen kümmert sich jetzt Elli um ihre Tochter. Hazel baden. Und Hazel hat morgen auch Geburtstag. Das heißt, die wird jetzt auch bald schon zum Kind. Da freue ich mich jetzt... Also es wird wahrscheinlich jetzt... Also es wird nicht wahrscheinlich. Es wird definitiv in diesem Part soweit sein, dass sie Geburtstag feiert. Da freue ich mich auch drauf, denn ich habe richtig Bock auf ihr Umstyling. So Hazel, geh mal bitte in die Badewanne jetzt. Elli, do it. Sehr schön. Hazel sitzt in der Wanne. Wenn sie fertig ist mit der Badewanne, dann kann sie auf jeden Fall aufs Töpfchen gehen und dann hier runterkommen. Oh mein Gott, wie sehen denn unsere Hunde schon wieder aus? Ach, du grüne Neune. Das geht ja schon wieder gar nicht. Unsere Vogelscheuche ist aufgewacht. Guck mal, die läuft jetzt hier durchs Haus. Sie läuft ein bisschen zombimäßig durchs Haus, finde ich. Geh vom Feuer weg. Du bist eine Vogelscheuche. Ist nicht so sicher für dich. Unsere Tiere haben uns ins Haus gekackt. Oh, ist das eklig. Oh, pfui, ne? Ach, du grüne Neune. Das ist sehr eklig, ne? Aber sonst scheint es allen gut zu gehen. Hier sieht es recht gut aus auf der Farm. Wir kümmern uns jetzt gleich noch darum, dass Hazel noch was zu trinken bekommt, damit sie nicht so stinkig ist. Und wir kriegen gerade einen Anruf von Sarah. Oh, ja, do it, Sarah. Warst du nicht schon? Naja, do it. Tu es einfach. Wir werden jetzt mal kurz mit Josi quatschen. Wo ist denn Josi? Denn Josi hat Neuigkeiten für uns. Ja. Ist so. Ich hab da sowas im Gefühl. Ne, ich sag, geh mal bitte nicht duschen. Gib bei deiner Tochter ein Fläschchen, bitte. Jetzt geht sie trotzdem runter in der Super. Hey, Josi, wie geht's dir? Erzähl. Ich hab Neuigkeiten für euch. Ja? Erzähl. Also, wartet, ich setz mich erst hin. Okay, jetzt. Seid ihr bereit? Oh, jetzt. Josi, jetzt bleibt doch da und erzähl's uns. Klappt immer nicht so gut, ne? Was wolltest du uns denn erzählen? Oh, es war gerade so laut da drin. Ich wollte nur erzählen, dass Noelle jetzt zu mir gezogen ist. Und ich bin so happy, dass er jetzt hier wohnt. Oh, das hört sich toll an, Josi. Mensch, wie cool. Ja, er hat mir ja schon von der Ewigkeit einen Antrag gemacht. Aber ich war mir damals einfach noch nicht sicher, weißt du. Aber jetzt bin ich mir schon sehr sicher. Und es ist schön, dass er jetzt bei uns wohnt oder bei mir wohnt. Und, naja, jetzt hab ich auch ein bisschen Hilfe auf der Farm, weißt du. Das ist wirklich gut. Ich freu mich jetzt auf die Zeit mit ihm. Und ich bin sehr gespannt, wo, ja, wo das so hingeht. Och, Mensch, Josi, ich freu mich sehr. Das hört sich wirklich toll an. Klasse. Super. Dann düngen wir mal. Ne, nicht mit milden Dünger. Also, Josi und Noelle sind jetzt zusammengezogen. Das heißt, ich denke, dass ich auch nicht ganz so lange warten werde mit Nachwuchs. Dass Josi da vielleicht auch mal langsam Nachwuchs anfängt. Ich versuche das ja so ein bisschen mit zu kontrollieren, damit da nicht jetzt wieder so viele Babys auf einmal kommen, ne. Also, ich kontrolliere das schon ein bisschen mit. Der ist wohl gerade ein Küken geschlüpft. Schön in Riesenfeldfrüchten geht's gut. Die sind am Machen und am Tun. Ich sag, dir geht's gut, ja. Du machst was zu essen, finde ich schön. Unsere Tochter geht's auch gut. Die bräuchte ein bisschen Spaß. Du kannst mal Ronda fragen, ob sie was mit dir spielt. Vielleicht ein bisschen mit Flashkarten, ha. Ja, jetzt ist nur noch wichtig, dass Elli den Bescheid bekommt, ne. Ich glaube, es ist noch nix da. Ne, es ist noch nix in der Post. Ist ja wirklich, wirklich schön, wenn wir ein Kind adoptieren könnten. Könnten wir mal die Müllfrucht jetzt entfernen, vielleicht? Andererseits irgendwie auch ganz witzig, ne. Naja, lassen wir sie mal, wie sie ist. Was ist das jetzt? Glockenglumenschraus. Ich dachte, da wäre jetzt noch eine Müllfrucht. Okay, dann gehen wir mal mit unserer Kacke ernten. Okay, jetzt. Was haben wir hier? Einen Kirschbaum. Kannst du den mal düngen mit der Gaga von den Tieren? Oh Gott, die haben so viele Kothaufen einfach. Igitt. Aber wir haben halt so viel davon. So, Elli macht eine große Düng-Action jetzt. Oh, das war sogar eins ihrer Ziele. Eins, was sie machen wollte. Das ist ja perfekt. Ich sag, ist hier mit allen am Quatschen. Unsere Tochter spielt ne Runde. Wie schön. Wie steht's denn eigentlich? Denken hast du noch nicht so weit oben. Dann geh doch mal ein bisschen die Form studieren. Und wie du da vielleicht auch noch ein bisschen was aufbaust. Loki ist älter geworden. Oh, Loki ist ein Senioren-Doggo jetzt. Oh, Loki ist ganz alt. Oh, süß. Hey, deswegen brauchen wir noch lange nicht bellen. Können ja ne Runde balgen mit ihm. Dann werden wir das Töpfchen sauber machen und staubsaugen. Beziehungsweise, ich werde den Staubsauger jetzt wieder verkaufen. Ich habe nämlich wieder die Mod im Spiel, dass man die Sachen einfach, ich zeige es euch mal, dass man den Boden auch einfach mobben kann. Also mit dem Wischmob. Das hatten wir früher schon mal bei Elli drin. Also Elli hat früher auch immer mit ihren Mädels die Farm gemobbt. Das lief eigentlich ganz gut. Oh, wir müssen Josie und Ronda auch noch zur Erwachsenen machen. Die sind nämlich beide noch junge Erwachsene. Und die waren ja im ähnlichen Alter wie Elli. Deswegen lasse ich die jetzt direkt mal altern, sodass ihr beide erwachsen seid. Perfekt. Dann müsstet ihr fast schon wieder ein Umstyling bekommen. Aber ihr seid ja nicht unsere Hauptsims. Da können wir das vielleicht sogar lassen. Ach schön, die Vogelscheuche ist auch wieder zurück. Einen kleinen Hasen haben wir hier. Oh, und da hältst du dich schön mit Kim. Das ist ja süß. Oh, ich bin wirklich mal gespannt. Ähm, ich würde jetzt noch eine Runde joggen gehen. Aber es ist wirklich schön gewesen, dass ihr da seid. Oh mein Gott, wenn der Postbote das nächste Mal kommt, kriegen wir die Bestätigung. Warte, ich lese euch nochmal vor. Das ist doch der Typ. Also, einige Zeit ist vergangen. Das Entscheidungsschreiben bezüglich des Adoptionsantrags von Elli wird sicherlich in der Post sein, wenn der Postbote das nächste Mal vorbeikommt. Das ist sehr gut. Ich glaube, der war noch nicht da. Der kommt erst am nächsten Tag wieder. Aber dann werden wir das Schreiben bekommen. Dann geht Elli jetzt eine Runde joggen. Wir beenden unsere Versammlung. Das reicht jetzt dann auch. War ja lange genug heute. Und Isaac bringt unsere Kleine ins Bettchen. Vielleicht kriegst du jetzt nochmal ein Fläschchen, ha? Wieso klappt das hier eigentlich bei dir? Oh, nee, das brauchst du jetzt nicht wischen. Du bist ja morgen früh noch beschäftigt. Er macht jetzt erstmal oben noch ein bisschen sauber. Ai, 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 hier sieht es aus wie die Wutzi. Ach, du bist auch schon wieder zurück. Ja, dann räum du doch mal hier unten auf. Dann machen wir den Fernseher jetzt mal aus, weil der nervt mich schon wieder. Och nee, Maus, du bleibst bitte noch wach und gehst nochmal schnell auf dein Töpfchen. Ja, du kannst doch rausgehen. Aber bitte draußen ein Häufchen machen, gell? So, Isaac. Du kannst ihr dann gleich was zu essen geben. Einfach nur nochmal so ein Fläschchen. Und dann kannst du sie bitte ins Bett bringen. So, dann trinkst du erstmal ein kleines Schlückchen aus deiner Flasche. Papa geht mal pinkeln. Und dann kann er sie ins Bett bringen. Du gehst auch schon mal schlafen. Und dann kriegen wir morgen den Bescheid, wenn ihr unsere kleine Geburtstag habt. Das ist ja großartig. Die können wir gleich zwei Kinder umstylen. Wenn es klappt, ne? Also ich hoffe es ja sehr. Och nö. Warum bist denn du jetzt schon wieder so dreckig eigentlich? Oh nein, unsere braune Hände sind in die Jahre gekommen. Ich glaube gar nicht, dass ihr noch groß ein Buch braucht. Ihr seht so müde aus. Und ihr streitet euch jetzt hier unten nicht. Was ist denn hier los? Oh, Anuki, ey. Okay, wir müssen dich morgen sauber machen. Heute Abend jetzt nicht mehr. Morgen früh kriegst du erstmal eine Wanne, du Stinker, du. Good night, ihr Lieben. Hoppsa, unsere Pinnwand ist voll. Nun, wir haben auch schon morgen. Wir können alle mal aufstehen. Wir lassen unsere kleine Hazel noch ein bisschen schlafen. Ellie steht derweil schon mal auf. Geht noch eine Runde joggen. Ich glaube, das könnte jetzt ihre Morgenroutine werden. Eigentlich könnte Isaac mitgehen. Vielleicht, wenn wir das zweite Kind haben und unsere kleine ein bisschen größer ist. Wäre ja eigentlich ganz schön, wenn die das auch zusammen machen würden. So, Bjarke, wir gehen jetzt in die Badewanne. Kommen Sie. Ab in die Wanne. Los. Und wenn du fertig bist, wird Anuki gebaden. Ich glaube, Anuki gebadet. Gebaden. Gebadennettet? Keine Ahnung. Die sind alle schon wieder dreckig. Das gibt es doch nicht. Ellie, ich hoffe, du kommst von deinem Spaziergang gleich wieder. Weil wir haben da noch so ein paar Stinky-Hundis, die darauf warten, in die Wanne gesteckt zu werden. Gut, du bist sauber. Perfekt. Dann holen wir direkt den nächsten Hund hier hoch. Anuki, come on. Ja, du stinkst nämlich am allermeisten. So, und du kannst dann baden. Devaki. Isaac, mach es jetzt. Oh wait, Devaki steht ja oben schon bereit. Halt, stopp. So nicht. Aufhören, aus der Toilette zu trinken. Das ist einfach ekelhaft. Als hätten wir nichts zu trinken daheim. Fui, oi, oi. Ab in die Wanne. Gut. So, und Ellie, du... Genau, du gehst jetzt mal ganz schnell nach Hause, Ellie. Der Postbote. Der Postbote. Der Postbote. Ellie, schneller. Der Postbote. Ellie, geh schnell gucken. Aber warte mal, bevor wir jetzt ein Kind kriegen, gehst du bitte nochmal duschen. Isaac, stopp. Du isst noch nicht. Du musst erst Anuki baden. Und da müssen wir einen Geburtstagskuchen backen für unsere Tochter. Das ist einfach stressig. Sie hat es jetzt reingeholt. Dann lasse ich sie jetzt direkt den Kuchen backen. Nee, Isaac, du musst da jetzt weggehen von. Ich backe jetzt einen Kuchen. Hast du gehört. Wir backen jetzt eine Schokotorte. Isaac, das geht jetzt gerade nicht. Du kannst aber gerne das Wasser hier mal auffischen. Ach, wie süß ist Josi denn? Aber Josi, wir haben doch schon drüber gesprochen. Eigentlich ist das schon geklärt. Du brauchst gar nicht jetzt Isaac fragen, ob er uns an Farmgirls beitritt. Das haben wir doch alle schon geklärt. Männer haben keinen Zutritt. So, unsere Geburtstagsmaus kann jetzt auch schon mal hier runterkommen. So, dann müssen wir jetzt die Geburtstagskerzen erst mal drauf machen. Stopp, Isaac. Nein, Oberfläche reinigen und Ellie macht die Geburtstagskerzen drauf. Damit es jetzt keiner anschneidet. Dann wischen wir das jetzt hier noch auf. Jetzt ruft Kim an. Ich glaube, ich habe mich in Faiz Jalel verknallt. Ja, versuch's doch. Ich weiß nicht, wie er ist, wer er ist, aber versuch's doch. Dann werden wir Pause drücken und jetzt als erstes die Unterlagen lesen, die wir geschickt bekommen haben. Ich bin so gespannt. Ich wäre sehr traurig, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Nachdem wir ihre Bewerbung geprüft und die Notizen berücksichtigt haben, die unser Vermittler während des Hausbesuchs gemacht hat, haben wir uns entschlossen, ihre Bewerbung anzunehmen. Sie qualifizieren sich für die Adoption eines Kindes. Ja, wow. Endlich. Endlich, wollte ich sagen. Oh mein Gott, das heißt, wir können jetzt ein Kind adoptieren. Wir werden erst mal unsere kleine Hazel jetzt Geburtstag feiern lassen. Wir wollen ja nicht... Sag mal, bist du immer noch dreckig oder schon wieder? Oder ist das deine Fellfarbe? Manchmal weiß ich nicht... Nee, Anoki stinkt immer noch. Ich raste aus. Zieh dir mal was Gescheites an. Das ist nix Gescheites. Besser. Dann Ellie zieht sich jetzt auch mal was Gescheites an. Net dein Farm-Outfit. Die Ellie brauchen ums Styling. Wo ist unsere Tochter? Unter mit dir jetzt. Du kriegst jetzt einen Kuchen. Ja. Ich glaube, wir müssen die Farm-Girls anrufen. Ich schaffe es gerade echt nicht. Ah, er macht schon. Ach, cool. Ich weiß halt nur nicht, ob er sich auch um die Tiere kümmert, gell? Ich sag, du isst jetzt nix. Mäuschen, wo bist du? Wir helfen ihr jetzt, die Kerzen auszupusten. So. Hazel. Ich sag, musst du jetzt Anoki baden. Ich kriege sonst einen Anfall. So, kleine Hazel. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Die kleine Hazel. Happy Birthday to you. Ja. Oh, sie ist richtig sauer. Sie hasst ihr Leben einfach. So, Hazel ist älter geworden. In welche Richtung wollen wir Hazel entwickeln? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ganz spannend wäre, wenn sie sich nicht für die Hofarbeit interessieren würde. Wie es ja oft mal so ist, dass das Kind dann irgendwie kein Interesse daran sagt, was die Eltern jetzt in dem Fall machen wollen. Und ich würde ihr jetzt erst mal, vielleicht geben wir ihr Sozial, Liebling der Massen. Ich weiß es gerade echt nicht so genau. Wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen, ne? Also, was wir natürlich machen könnten, wir könnten sie so ein bisschen in so eine High-Society-Richtung bringen. Na, wir haben ja schon mal gemeint, dass sie vielleicht die City-Life-Challenge spielen könnte. Maybe. Maybe. Wir haben es mal in den Raum geworfen. Vielleicht passt gut zu ihr, dass sie eine Korrekte ist. Diese Sims missbilligen unangemessenes Verhalten anderer Sims, wie zum Beispiel gemeine oder schämische Sozialaktionen. Sie bevorzugen schicke Kleidung und bauen schneller freundschaftliche oder romantische Beziehungen auf. Ich lasse es mal drin. Ihr gebt mir nochmal ein Feedback dazu, wie ihr das seht und in welche Richtung wir sie lenken wollen. Dann nehme ich das jetzt mal an. Und dann soll sie erstmal ein Stück Kuchen essen und dann gehen wir gleich mit ihr in den Kass. Elli soll derweil schon mal die Adoptionsunterlagen adoptieren. Adoptier mal die Adoptionsunterlagen. Come on. So, Elli, do it. Was musst du jetzt dafür tun? Ich vergesse immer, wie das funktioniert, ne? Oh, wir haben direkt die Babys zu Haus, weil wir können jetzt ein Kind wählen. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt direkt ist, aber das ist ja großartig. So, wir wollten eventuell einen Jungen adoptieren. Wir müssen ihm auf jeden Fall einen anderen Namen geben, weil Michael, Mike und Jens passen mir alle nicht. Wir wollten aber auch ein Kindalter, also Altersgruppe Kind. Und vielleicht nehmen wir Mike. Ich meine, gut, wir gehen eh bei allen in den Kass. Also eigentlich ist es wurscht. Wenn ich das jetzt mache, dann verkacke ich, ne? Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, muh. Und genommen wirst du. Es ist Mike geworden. Aber wir werden ihn umbenennen, gell? Schatz, ich gehe mal los und hole unseren neuen Sohn ab, okay? Oh, ich bin so aufgeregt. Mach das, Elli. Ich warte dann hier auf dich, ja? Ja, ja. Sind alle bereit? Anoki, bist du dreckig wie ein Dreckspatz? Geht ihr jetzt bitte baden? Gut, Elli holt jetzt unseren neuen kleinen Sohn ab. Und wir gehen auch gleich mit Hazel in den Kass. Vielleicht wird Hazel eben die, die gar keinen Bock auf das Hofleben hat. Und unser neuer Sohn aber hingegen findet es richtig toll und geht da richtig drin auf. Weil er das halt auch so genießt, in dieser Familie zu sein. Natürlich könnten wir mit ihm auch in die Richtung gehen, dass er so ein bisschen... Oh, ich hab da ne Idee. Ich hab da ne Idee. Wie wäre es, wenn unser neuer Sohn, der jetzt gleich einen Namen braucht, vielleicht fällt mir spontan ein ein, wenn nicht, müsst ihr mir einen geben, dass er so ein richtiges Musterkind wird. Er liebt seine neue Familie, liebt das Leben auf dem Hof, findet die Tiere ganz, ganz, ganz toll. Und Hazel merkt mehr und mehr, dass irgendwie sie sich eben fehl am Platz fühlt, weil sie sich eben gar nicht für die Hofarbeit interessiert. Und deswegen auch von ihren Eltern immer mal wieder einen Rüffel bekommt. Und die sagen, hey, du sollst aber mithelfen und wir müssen alle mithelfen. Und sie sich dann eher in so ne Richtung entwickelt, so gestresster Teenager, weil sie ist ja eh schon heikel von Geburt an. Sie hat ja von Geburt an das Merkmal heikel bekommen. Und will dann deswegen eher weg von zu Hause, wird sich früh tätowieren lassen, die Haare pink oder lila oder blau machen. Und ich mein, sie hat jetzt schon ne geile Haarfarbe. Aber das würde ich jetzt natürlich nochmal ändern, weil sie ist jetzt noch ein Kind. Aber dass sie praktisch sich in ne komplett andere Richtung entwickelt als ihr Bruder. Sich vielleicht dann auch heimlich davon stiehlt nachts und so. Das find ich sehr, sehr spannend für sie. Ich bin auf euren Kommentaren gespannt, ob ihr das auch cool findet oder ob ihr noch andere Ideen habt. Und dann würde ich das jetzt erstmal so einleiten in diesem Part, okay? Okay. Oh, unser Sohn kommt gleich. Okay, wir brauchen natürlich jetzt erstmal den Nachnamen und der ist Logan. Den Vornamen. Also wie gesagt, ich versuche halt immer Namen zu nehmen, die ich nicht schon hundertfach hatte. So Jens, Michael, die haben wir einfach schon so oft gehabt. Auch im echten Leben kennt man die halt schon sehr gut. Ich versuche immer Namen zu nehmen, die ich persönlich nicht so oft wähle. Einfach damit wir auch da so ne Wiedererkennungswert-Schichte haben, ne? So. Was nehmen wir für einen Namen? Ich überlege mir was, vielleicht irgendwas mit M. Milo oder Marek oder Mick. Mick ist doch süß. Einfach nur Mick. Nicht Mike, sondern Mick. Aber ich weiß nicht, wie man Mick schreibt. Ich google. Also der Name Mick ist alt, hebräisch, dänisch, norwegisch, schwedisch oder skandinavisch. Also steckt da wohl alles drin. Und es gibt keine Information, was dieser Name bedeutet. Es gibt aber eine Aussprache. Mick. 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 Ja, ist gut. Mick ist in Deutschland ein seltener Vorname. Aktuell belegt er in der Rangliste der häufigsten männlichen Babynamen den 228. Platz. Also, wir haben einen sehr seltenen, aber sehr schönen Vornamen gefunden. Ich finde Mick, das hat ja noch irgendwas von Mike, aber ist doch ein bisschen anders. Finde ich schön. Nehmen wir. So, das ist unser kleiner Mick. Ja, der braucht jetzt... Oh, der ist süß. Er sieht ein bisschen asiatisch aus. Er hat ein bisschen kleine, schmale Augen. Süß bist du, Mick? Süß bist du? Zeig mal, in welchem Outfit finden wir dich denn? Okay. Wir werden ihn natürlich dann auch gleich erstmal begrüßen. In der Familie willkommen heißen und, und, und. Ich werde jetzt Mick und unsere Tochter Hazel umstylen und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht schauen wir da doch nochmal ganz kurz bei Ellie mit rein. Okay, warte mal. Jetzt heißt die Ellie Blue mit Nachnamen? Oh, wait. Wir haben den Namen von Isaac angenommen. Wir heißen... Nee. Nee, nee, wir wollen schon Logan heißen. Hazel Logan. Hazel Bloom. Nee, schon Logan. Wir wollen schon Logan heißen. Na, okay, cool. So, dann werden wir... Heißt du jetzt auch Logan? Girl? Ja, perfekt. Ich style die beiden kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich liebe es, Herr... Dann hören wir uns gleich an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich habe die beiden mal ein bisschen umgestylt. Ich zeige euch erst mal sie nochmal. Also das ist unsere kleine Hazel. Ich habe ihr schon versucht, einen ländlichen Look zu geben, aber doch halt, dass sie selbst sagt, Mom, ich will das mit dem Schleifchen anziehen, ich will das anziehen und hier möchte ich mir einen Blumenkranz auf den Kopf setzen, ich möchte das selbst basteln und, und, und. Dass sie halt doch eben so eine kleine Prinzessin wird, die sie sich selbst zuschreibt, also die sie sich selbst will halt dann so sein. Ja, und das ist ihr Winter- und Sommeroutfit noch. Das ist unser kleiner Mick geworden. Den finde ich auch sehr süß. Das ist jetzt hier sein Alltagsoutfit, seine Abendkleidung, also wirklich alles sehr, sehr ländlich. Ich glaube, ich ändere seine Augenfarbe nochmal. Ich glaube, die sind mir zu grün, die leuchten zu doll. Was ich ja von Anfang an immer sage, ich style nicht unsere geborenen Kinder, was die Gesichtszüge und sowas sind, um, also ich behalte alle Gesichtszüge exakt so, wie sie sind. Das Einzige, was ich mal ändere bei Kindern, sind die Augenbrauen zum Beispiel von der Position ein bisschen. Aber ich versuche, die immer nicht zu krass zu verändern, weil die sollen ja ihren natürlichen Look beibehalten. Das ist ja das Schöne bei unseren Genen. Bei Mick mache ich jetzt eine Ausnahme, damit die Augen nicht so, ja, das ist besser aus. Genau, damit ihr wisst, warum ich jetzt zum Beispiel ihren Mund nicht doch größer gemacht habe, weil der ist schon sehr schmal und sehr lang. Aber das ist halt so. So sieht Hazel nun mal aus. Das sind die Gene von Isaac und unserer Elli, ja. Deswegen lasse ich das so. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz bei Elli rein, ob wir da was machen wollen, weil wir müssen ja noch dran denken, dass wir auch noch die Kinderzimmer machen müssen, ne. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da so viel Zeit investieren wollen oder ob wir Elli erst im nächsten Part umstylen wollen. Ich denke, wir stylen sie erst im nächsten Part um. Dann nutzen wir nämlich diesen Part noch, um die beiden Kinderzimmer zu machen, denn da brauche ich natürlich auch immer ein Momentchen für. Deswegen machen wir das am besten gleich. Oh, da steht er, wie krass. Ich drücke jetzt noch nicht Play, wir lernen ihn dann erstmal kennen. Dann mache ich jetzt das Zimmer noch schön von ihm. Ich bin nur gerade überlegen. Ich denke mal, dass das Zimmer direkt neben unserer Hazel dann sein Zimmer wird. Von der Größe sollte das doch eigentlich ganz gut passen. Und dann nehmen wir einfach dieses Zimmer hier. Das ist ja auch ein sehr hübsches Zimmer. Dann würde ich sagen, lege ich direkt los, meine Lieben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ichu guckny. Ichu guckny. Ichu guckny. Die Bürste hat auch immer wieder das SmCOM strain. Ichu guckn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir unseren neugeborenen Sohn oder unseren neuen Sohn jetzt auch direkt begrüßen. Und ich frage mich, ob wir ihm direkt zu Beginn... Oh, guck mal, wir verstehen uns schon richtig gut mit ihm. Vielleicht können wir ihm eine Mütze schenken, die wir selbst gemacht haben. Eine blaue Bärenmütze vielleicht. Oder die andere. Ne, wir schenken ihm die blaue Bärenmütze und unserer Tochter schenken wir die andere Mütze. Willkommen in der Familie, Mick. Wir freuen uns so, so sehr, dass du jetzt hier bei uns bist. Dankeschön. Ich, 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 ich... Danke. Es war irgendwie so schwierig für mich im Heim und so. Kannst du sie jetzt nicht aufsetzen? Diesem Haushalt steht dieses Objekt bereits in der Stellung eines Zimmern zur Verfügung. Okay. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist für mich alles so ungewohnt. Und ich muss mich erst mal einfinden. Ja, Hallöchen. Mensch, herzlich willkommen. Hallo, ich bin deine Schwester jetzt. Und du bist jetzt mein Bruder? Ähm, ja, aber... Also, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich weiß noch gar nicht so wirklich, was ich sagen soll. Hallo erst mal. Ja, hi. Ich bin Hazel. Und ich bin Mick. Mick? Wie Michael? Oder Mick, 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 Mike? Nein, einfach nur Mick. Okay. Man hat mich im Kinderheim so genannt. Ich bin da schon sehr lange. Und, ähm, weißt du denn, wer deine Eltern sind? Hazel, frag ihn doch nicht gleich aus. Nein, ich weiß nicht, wer meine Eltern sind. Aber sie haben mir irgendwie den Namen gegeben. Ich weiß es nicht so genau. Naja, dann, ähm, würde ich dir einfach mal alles zeigen, ja? Oh, das ist eine gute Idee, Hazel. Zeig ihm mal den Hof. Okay, dann komm mal mit. Dann zeige ich dir mal Stanley. Ausgerechnet Stanley sieht aus wie die Wutz, ne? Wie sieht's denn hier aus? Okay, wir müssen uns erstmal alle zusammen um den Hof kümmern. Also, das ist unser, unser, unser Stanley. Da hinten ist Kuba. Und das sind unsere ganzen Chickens. Den, die du gerade siehst, das ist, äh, ein unbenanntes Chicken. Oh, ihr habt nicht allen einen Namen gegeben? Nein, das ist immer schwierig, allen einen Namen zu geben. Weil man baut dann so schnell eine Bindung zu ihnen auf. Komm, ich zeig dir, wie du Stanley putzen kannst. Denn es ist wichtig, Mom und Dad verlangen von uns, dass wir auch mit anpacken. Denn wir leben ja hier. Ja, ich verstehe. Komm, du kannst rübergehen zu Kuba. Und dann kannst du Kuba genauso sauber machen, wie ich Stanley sauber mache. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich hoffe, dass Kuba mich nicht beißt. Nein, Kuba beißt nicht. Kuba hat mich noch nie gebissen. Wenn Kuba dich beißt, dann mag Kuba dich wahrscheinlich nicht. Oh. Hm, ich glaube, es klappt. Ja, das sieht ganz gut aus. Das wird Mom und Dad sicher gefallen, dass du da ein bisschen Spaß dran hast. Ja, es ist sehr interessant. Ich meine, ich habe noch nie auf einem Hof gelebt. Ich mag Tiere. Eine Katze kennenlernen. Oh, süß bist du. So, wir lernen dich jetzt mal kennen, kleiner Mann. Wer bist du denn? Er ist ein Katzen. Oh, nein. Wir haben einen Katzenfreund adoptiert. Und was haben wir? Vier Hunde. Oh, damn it. Das ist nicht so gut. Oh, Hazel. Was machst du hier denn? Wir wollten doch einen guten Eindruck machen. Du gehst jetzt auf dein Zimmer, Hazel. Los. Er unterhält sich mit der Kuh. Hazel kriegt jetzt Stubenarrest. Hazel, ausgerechnet heute. Ich finde es nicht in Ordnung. Oh Gott, wie gruselig sie dreht ihren Kopf. Oh mein Gott. Sie hört nicht auf, ihren Kopf zu drehen. Aber ich habe doch Pause. Haben wir sie jetzt schon geschimpft scheinbar, ne? Ja. Mensch, das machst du wirklich gut, Mick. Das klappt ja wunderbar hier. Schön, dass du Kuba gemolken hast. Mensch, das ist beim ersten Mal gleich, dass du dich das auch getraut hast. Finde ich wirklich absolut großartig. Sag mal, stehst du bitte wieder auf? Ich würde gerne eigentlich mal mit allen Kindern zusammen Abendessen. Wir haben Glückwünsche zum neuen Familienmitglied bekommen. Wie schön. Boah, ich glaube fast, wir müssen uns... Und du isst jetzt vorm Fernseher? Hazel ist richtig frech, ne? Jetzt hat sie sich einfach vor den Fernseher gesetzt zum Essen. Ich glaube es jetzt nicht. Also wir werden vielleicht nochmal drüber nachdenken müssen, ob wir ein Kindermädchen engagieren. Ich weiß nicht so genau, ob das in diesen Gedanken des Farmlebens passt. Aber bei mir habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das helfen könnte. Und wenn du möchtest, zeige ich dir dann auch noch dein Zimmer, wo du dann heute Nacht schlafen kannst. Also das ist ja dann dein eigenes Zimmer. Und hast du gesehen, da war gerade ein Hase. Du kannst mal zu den Hasen gehen und ihm mal Hallo sagen. Oh, Hasen? Nagende Verbitterung. Gegen wen hägst du dir jetzt bitte einen Groll? Schwellender Groll? Aha, macht gar keinen Sinn. Aber vielleicht ist er noch nicht so ganz angekommen, ne? Kann sehr gut sein, dass er sich einfach noch nicht so angekommen fühlt bisher. Ich meine, es ist ja auch schwierig für ihn jetzt in einer neuen Familie, nachdem er jetzt im Heim war die ganze Zeit. Er kann ja noch ein Stück von der Schokoladentorte essen. Hazel kann vielleicht ein bisschen mit ihrer Puppe spielen noch. Und Isaac muss dann eigentlich noch eine Runde saugen, beziehungsweise Boden wischen. Hast du eine Frage? Oh, er hat eine Frage. Das ist ja die erste Frage an uns. Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Hey, ich denke, wenn du weiter daran arbeitest, dann wird es bestimmt besser. Denn Übung macht den Meister. Und wir werden ihm auf jeden Fall bei seinen Hausaufgaben dann helfen. Denn ich glaube, das wird ihm gut tun, wenn er da ein bisschen Hilfe von uns bekommt. Er kann ja schon mal anfangen mit den Hausaufgaben. Und Ellie setzt sich dann direkt zu ihm und hilft ihm noch ein bisschen bei den Hausaufgaben. Hazel, machst du auch deine Hausaufgaben bitte? Ja, Mom. Oh, guck mal, wie schön sie jetzt alle zusammen hier sitzen und die Hausaufgaben machen. Love it. I love it. Das war eine schöne Idee, ein Kind im Alter von Hazel zu adoptieren. So, und dann geht ihr jetzt alle mal ins Bett. Mick und Ellie sind soeben gute Freunde geworden. Wie schön. Mick, dann gehst du mal in dein Zimmer, in dein Bett. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch hier funktioniert. Automatische Lichter, alle Lichter. Oder kannst du auch ins Bett gebracht werden? Ellie bitten, ins Bett zu bringen. Ja, bitte. Und Hazel möchte von ihrem Papa ins Bett gebracht werden. Dad, wach wieder auf. Bitten, ins Bett gebracht zu werden von Isaac. Nee, Schatz, du kommst jetzt bitte rein. Mick, kommst du rein? Wir können so spät nicht mehr draußen spielen. Weißt du, morgen ist dein Schultag, dein Erster. Und es ist wirklich wichtig, dass du da dann auch fit bist und alles. Danke, Dad. Schlaf schön. So, Mick, dann schlaf du auch mal schön. Mick, gehst du jetzt bitte in dein Bett? Ja, das hat doch sehr gut geklappt, meine Lieben. Und an der Stelle beenden wir den Part auch. Ich bin sehr glücklich, dass wir den kleinen Mick adoptieren konnten, dass er jetzt ein Teil unserer Familie ist. Ich bin sehr sicher, dass es so großartig wird, wenn er jetzt mit uns und bei uns aufwächst. Ich hoffe sehr, euch hat dieser Part gefallen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir ganz fleißig eure Ideen für unsere Hazel rein. Denn das Farbenleben haben wir jetzt schon viel erforscht. Und ich wäre, glaube ich, langsam ready, dass wir uns auch Gedanken machen, wie es mit dem Kind weitergehen könnte, als mit Hazel beispielsweise. Oder vielleicht mit Mick. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Macht's gut, meine Lieben. Und tschüssli. Tschüssli.